joe meine lieben freunde ich hoffe euch geht es gut gleich ist der neue shop da der gestrige shop auf vielfalt mörder richtig richtig nice ja marvel war drin sehr nices paket als ihr neu seid lasst gerne abo und like aktivite glocke um nichts zu verpassen und ihr könnt auch gerne mein weiter code hängt wie 049 im shop angeben danke für den support ihr lieben in genau fünf sekunden ist der neue shop mal schönes kommt ich denke mal weihnachtskins kommen let's go oha hier haben wir einen neuen skin weiblichen skin weihnachtlich der nice aus plus back bling für 1200 gibt es das ganze lieben dazu die passen der pickaxe sehr nice für 500 haben wir die männliche variante hier plus back bling er hat auch was sieht auf jeden fall sehr nice aus mit der jacke und der kapuze 1200 dazu zwei händlich auf jeden fall für 500 haben wir jeden weiblichen spin sehr nice in zwei verschiedenen stilen einmal hell und einmal dunkel das back bling back bling sieht auch fresh aus mit dem schwertenden auch in zwei verschiedene varianten das ganze gibt es für 1200 die lieben jetzt ob es wieder da in vier verschiedenen varianten weiß das können das ganze gibt es für 1200 an die männliche variante auch in vier verschiedene stilen würde ich lieber die weibliche nehmen auch für 1200 dann gibt es noch dazu hört sich sehr nice an sehr 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 nice für 800 auch in vier verschiedenen varianten und heftiger skin auf jeden fall umhang 2000 dann haben wir hat die brügler in vier verschiedene stilen und gefällt mir nicht dazu drei verschiedene stilen haben wir hier was lustiges für pickaxe flügel prügler 800 haben wir das im modell für 500 und den streifen für 400 und dance kekse fingerpistolen für 200 was haben wir noch so schön ist ein paar er hat liebkuchen skins sind wieder drin elf stäbchen ist wieder drin ihr lieben auf jeden fall sehr nice hier renegade in lebkuchen dann haben wir die elfen ist wieder da der elf ist drin da sind auf jeden fall ein paar weihnachts skins wieder gekommen glühweinagenten fullzeit ranger dann haben wir den oberknacker den nussknacker da die als weibliche version die hatten wir aber vor paar tagen ihr lieben sind auf jeden fall sehr sehr viele campus ist wieder da zuckerfee ist wieder da sehr sehr nice aber die hatten wir ja vor paar tagen die brauche ich euch nicht zu zeigen weihnachtstrooper ist wieder da ein nicer shop auf jeden fall mopsa ist wieder da zuckerfreak ist wieder da diesen shop auf jeden fall polara ist wieder da die soldat ist wieder da ausgepackt ist wieder da auf jeden fall haben die viel viel weihnachts items wieder in den shop ihr lieben was haben wir hier noch schönes ja also auf jeden fall das marvel paket ist sehr sehr nice das wird auch eine zeit lang jetzt drin bleiben ja zwei neue skins sehr sehr nice auf jeden fall das war es auf jeden fall von shop ihr lieben falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und ein like da aktiviert die glocke um nichts zu verpassen und falls ihr mich unterstützen wollt hängt die bieten 049 ist mein creator code einmal im shop eingeben und kommentiert mal wie ihr den shop findet ihr lieben ich wünsche euch eine gute nacht schlaf gut und dann 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 Bis zum nächsten Mal.